Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Millionen Menschen fühlen, dass es in diesem Staat nicht gerecht zugeht. Wenn ein Konzernchef verheerende Fehlentscheidungen trifft, dafür noch Millionen an Boni kassiert, eine Verkäuferin dagegen aber für eine kleine Verfehlung rausgeschmissen wird, dann geht es nicht gerecht zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, ich wundere mich, dass Sie jetzt nicht geklatscht haben. Das waren Aussagen Ihres Kanzlerkandidaten und künftigen Parteichefs. Martin Schulz hätte natürlich ehrlicherweise dazu sagen können, dass die SPD in ihren letzten 15 Jahren Regierungszeit erhebliche Mitverantwortung für die von ihm zu Recht kritisierten Zustände trägt. Aber egal, späte Einsicht ist besser als gar keine Einsicht. Und natürlich ist es ein Skandal, dass in diesem Land immer mehr Menschen trotz harter Arbeit auch nicht ansatzweise irgendeinen gesicherten Wohlstand erreichen können, während am oberen Ende der Einkommenspyramide Millionen eingestrichen werden, die jeden Bezug zur persönlichen Leistung verloren haben, wo elementare Prinzipien von Haftung und persönlicher Verantwortung vollkommen außer Kraft gesetzt sind. Das sind himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Und das empfinden die meisten Menschen zu Recht so. Und deswegen ist es gut, dass Sie das von der SPD inzwischen auch so sehen. Darüber freuen wir uns. Die Freude wäre allerdings ungetrübter, wenn wir das Gefühl hätten, den Reden von Herrn Schulz würden jetzt auch reale Taten folgen. Es klang ja zunächst gut, als die SPD-Fraktion angekündigt hat, im März einen Gesetzentwurf vorzulegen mit einem festgeschriebenen Maximalverhältnis zwischen Vorstandsgehältern und durchschnittlichem Einkommen unternehmen. Das wäre vernünftig. Genau das haben wir deshalb als Linke ja auch schon mehrfach in diesem Parlament beantragt. Allerdings hat sich Ihre eigene Wirtschaftsministerin jetzt schon wieder abgesetzt und die Forderung auf eine Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Managergehältern reduziert, also das, was jetzt auch die Grünen beantragt haben. Ja, glauben Sie denn im Ernst, glauben Sie im Ernst, dass die Begrenzung der steuerlichen Absetzungsfähigkeit irgendeinen Konzern davon abhalten wird, weiter seine Gehaltsexzesse auszuleben? Das ist doch völlig absurd. Das hätte doch gar keinen Effekt. Und dann will die SPD natürlich ihr Gesetz im Parlament auch nur einbringen, wenn sie sich mit der CDU geeinigt hat. Nun hat zwar die Kanzlerin diese Woche, wie ich der Presse entnommen habe, ihre Fraktionskollegen sogar ermuntert, sie könnten ruhig über die Begrenzung von Managergehältern diskutieren. Das finden wir wirklich großzügig von ihr. Aber wenn es um mehr als ums Diskutieren geht, da hat ja Herr Schäuble schon mal vorsorglich verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. Ich muss sagen, es ist eigentlich schade, dass Herr Schäuble solche verfassungsrechtlichen Bedenken bei Milliardenbetrügereien mit Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften von Banken komischerweise nie gekommen sind. Aber das nur nebenbei, das hätte den Steuerzahler mehrere Milliarden ersparen können. Aber jedenfalls so oder so, jede Erfahrung und auch der Redebeitrag von Herrn Meister natürlich spricht dagegen, dass die SPD mit der CDU in dieser Frage eine irgendwie vernünftige Regelung erreichen wird. Und deshalb möchten wir in Erinnerung rufen, dass es im Bundestag längst eine Mehrheit von SPD, Linken und Grünen gibt. Sie brauchen also gar nicht, Sie brauchen gar nicht, Frau Merkel oder Herr Schäuble zu überzeugen. Sie müssen allenfalls einige allzu wirtschaftsliberale Grüne überzeugen. Aber ich finde, das sollte machbar sein. Und es ist dringend notwendig, wenn Sie sich die Entwicklungen ansehen. Anfang der 90er Jahre lag das Verhältnis der Managerbezüge zu den Einkommen eines durchschnittlichen Arbeitnehmers bei 1 zu 28. Das heißt, ein Manager bekam in einem Jahr so viel wie ein Arbeitnehmer in 28 Jahren. Das war schon ziemlich viel. Aber heute ist es völlig anders. Heute liegt das Verhältnis im Schnitt bei 1 zu 83. Das heißt, ein Manager streicht in einem Jahr doppelt so viel ein wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in seinem ganzen Erwerbsleben. Und dieser absurden Entwicklung haben Sie jahrelang alle zugeschaut. Und während Herr Schulz Gerechtigkeitsreden hält, stimmt eben der Herr Weil der schon viel diskutierten 12-Millionen-Abfindung bei VW zu. Und obendrauf, das ist noch nicht erwähnt worden, gibt es auch noch eine Rente von rund 8000 Euro für Frau Hohmann-Dennhardt bis zum Lebensende. Und das Ganze für eine 13-monatige Tätigkeit. Und angesichts dieser schamlosen Selbstbereicherung möchte ich Sie mal daran erinnern, wie hoch die Durchschnittsrente ist, die ein Arbeitnehmer nach 40 bis 45 Beitragsjahren erhält. Sie beläuft sich dank Ihrer Rentenkürzung auf etwa 1000 Euro. Und dann wundern Sie sich, dass die Menschen empört sind und dass viele den Politikbetrieb nur noch für korrupt und verlogen halten? Wenn Ihnen der Zusammenhalt dieser Gesellschaft wirklich am Herzen liegt, dann tun Sie doch endlich etwas dafür, dass diese Schere nicht immer weiter auseinander geht. Das heißt, tun Sie was dazu, dass die Durchschnittsrente zunimmt. Und man kann das nicht oft genug betonen. In Österreich zum Beispiel bekommt ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr Rente und zwar im Monat. Und tun Sie etwas dafür, dass diese Boniexzesse nicht mehr möglich sind. Und der einzig effektive Weg dazu ist tatsächlich eine Koppelung der Managervergütungen an die Lohnentwicklung im Unternehmen. Also etwa in der Relation 1 zu 20 zur unteren Lohngruppe, so wie wir das ja auch beantragt haben. Das wäre übrigens nicht nur sozial gerechter. Es würde vor allem ganz andere Anreize setzen. Denn statt in erster Linie auf den Aktienkurs zu schielen, würden Manager dann belohnt, wenn sie ein Unternehmen so führen, dass auch die Arbeitnehmer von der Entwicklung profitieren. Und ich sage Ihnen, der Ehrgeiz, der Ehrgeiz in den Vorstandsetagen jede sich bietende Möglichkeit zur Lohndrückerei auszunutzen, der würde ganz, ganz schnell gravierend ermatten. Und das wäre ja vielleicht auch nicht schlecht. Es gibt übrigens sehr erfolgreiche Unternehmen, in denen es eine solche Regelung gibt. Die Carl Zeiss Stiftung etwa hat seit dem 19. Jahrhundert eine Begrenzung der Managergehälter auf das Zehnfache des Durchschnittslohns in ihrem Statut. Und das ist ein Unternehmen, das seit etwa 150 Jahren erfolgreich ist. Wir sollten natürlich auch darüber reden, weshalb es sich die großen Konzerne überhaupt leisten können, Jahr für Jahr auf der einen Seite Rekorddividenden auszuschütten und auf der anderen Seite ihr Management in Millionen zu baden. Dafür gibt es natürlich Gründe. Und die Gründe haben ganz wesentlich mit den Gesetzen der letzten 20 Jahre zu tun. Sie haben etwas zu tun mit der schlechten Lohnentwicklung dank Leiharbeit und Werkverträgen, woran auch diese Koalition wieder nichts verändert hat. Sie haben zu tun mit der Deckelung der Sozialversicherungsbeiträge, weil eben die abhängig Beschäftigten einen immer größeren Teil für Krankenversicherung und Rente inzwischen selber zahlen müssen. Sie haben zu tun mit den Steuergesetzen. Die bewirken, dass inzwischen 80 Prozent des Steueraufkommens ausschließlich aus Lohn- und Verbrauchssteuern stammen, während die Konzerne sich immer leichter um ihre Steueraufgaben drücken können. Das alles muss dringend geändert werden, wenn es in diesem Land wieder gerecht zugehen soll. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn Sie die vorhandene Mehrheit jetzt nicht nutzen, wer soll Ihnen glauben, dass Sie das nach der Wahl tun werden? Die Linke jedenfalls redet nicht nur von sozialer Gerechtigkeit. Wir stimmen und wir streiten auch dafür. Für die SPD spricht jetzt der Kollege Carsten Schneider.